Wir sind eine streng geheime Organisation der britischen Regierung. Nicht einmal der MI6 weiß von uns. Wir sind die letzte Hoffnung, wenn alle versagen. Wir sind die Last Line of Defense. Das neue Highlight von Bestseller-Autor Andreas Gruber. Das neue Highlight von Bestseller-Autor Andreas Gruber. , then, wir bekommen viele zwei Minuten source.